So, meine Lieben, das ist jetzt das 15. Türchen von Black Angels Adventskalender. Gelesen wird das Ganze diesmal von Green Mousy. Geschrieben habe es tatsächlich ich selbst. Das war meine erste Harry Potter Fanfiction, die ich geschrieben habe. Und ich wünsche euch dann mal ganz viel Spaß mit dem Froschkönig. Der Froschkönig. Es war wieder eine dieser speziellen Partys. Draco hätte jedes Mal kotzen können, wenn er eine dieser Einladungen bekam. Alles hier war sowieso nur eine Farce, die von ihren Eltern aufgestellt wurde, um die sogenannte Reinheit des Blutes zu erhalten. Hier sollten sich die Sprösslinge aus Familien der wirklichen reinblütigen Hexen und Zauberer kennenlernen. Er, für seinen Teil, hatte genug von diesen Reinblütigkeitsgequatsche. Zudem war es nicht so, dass sie sich nicht alle kannten. Sein Blick glitt über die Anwesenden. Es waren nur 28 unantastbare Familien und nicht einmal von diesen waren alle eingeladen. Kurz kam Draco die Überlegung, dass irgendwann wohl eine dieser ganzen verzweifelten Mütter auch eine Einladung an Neville Longbotton versenden könnte. Ein verstohlenes Schmunzeln huschte über sein Gesicht. Eine Party, auf der man Neville potenzielle Heiratskandidatinnen vorstellen würde, entbehrte nicht eines gewissen Grades an Komik. Sie würde sicherlich interessanter werden als die üblichen. Glaubten ihre Eltern wirklich, dass sie einander noch kennenlernen müssten? Sie waren alle in der gleichen Schule und sogar in das gleiche Haus gegangen. Beweise? Dort drüben stand Arsena Salvin, neben Morris Slughorn. Beide mit diesen falschen Lächeln auf dem Gesicht. Das zeigte, dass es eher ein politisches Gespräch war, das sie zusammenbrachte, als echtes Interesse irgendeiner Art. Dann waren da Chester Rowley, die Zwillinge Josine und Mirabella Rosier daneben. Sein Blick wurde von der sich öffnenden Tür abgelenkt. Ah, die Greengrass-Mädchen. Daphne. Ihre kleine Schwester Quinny und... Hm, der Name der letzten Schwester wollte ihm partout nicht einfallen. Es spielte auch keine Rolle. Er war ein Malfoy und nicht irgendein Malfoy. Er war derjenige gewesen, den Voldemort persönlich auserwählt hatte, um Arbus Dumbledore zu töten. Der Auserwählte, der grandios versagt hatte. Verstohlen rieb er sich über das dunkle Mal an seinen Unterarm. Warum gerade seine Mutter darauf bestand, dass er an all diesen Treffen teilnahm, blieb ihm schleierhaft. Jeder hier distanzierte sich von den Todessern. Selbst wenn sie deren Ideale weiterhin vertraten. Er hatte diese Wahl nicht. Man kannte seinen Makel. Er ertappte sich dabei, wie er immer noch über seinen Unterarm rieb, als könnte er das Mal mit den Stoff darüber abreiben. Es war an der Zeit, das immerwährende Ritual durchzuführen. Langsam schlenderte er an den Getränken vorbei. Sekt? Heute nicht. Wein? Er überlegte kurz. Nein. Und ging dann weiter. Ah, Whisky. Genau das, was er brauchte, um einen Abend voller Langeweile zu überleben. Er goss sich ein Glas ein und schwenkte die honigfarbene Flüssigkeit im Kreis, bevor er einen letzten Blick auf die Gesellschaft warf. Da bemerkte er das Grauen in einem schwarzen Gewand mit goldenen Überwurf, das sich ihm nährte. Die dritte Greengrass-Schwester kam direkt auf ihn zugeschritten. Kurz sah er nach links oder rechts, aber da stand niemand. Er würde wohl um ein kleines, kaltes Gespräch mit ihr nicht herumkommen. Danach könnte er sich erst dem Alkohol widmen. Man sollte nicht von ihm sagen, dass er kein Gentleman wäre. Hallo. Ihre Stimme war geschmeidig und klar. Ich bin Astoria Greengrass. Aha. War alles, was er sagte, als er sie geringschätzig von oben nach unten maß. Stellst du dich nicht vor? Ihr Gesicht hatte sich etwas verändert. Er konnte eine gewisse Ablehnung darin erkennen. Gut so, je er sie wieder abdampfte, desto eher konnte er sich betrinken. Ist nicht so, als würde irgendjemand hier meinen Namen nicht kennen, gab er grießkrimmig zurück. Sie knirschte leicht mit den Zähnen. Nein, ich kenne deinen Namen, Draco, aber der Anstand? Malfoy Greengrass, für dich immer noch Malfoy. Wie kam sie darauf, ihn direkt mit seinem Vornamen anzusprechen? Sie seufzte schwer und verdrehte dabei die Augen. Draco spürte, wie sein Mundwinkel zuckte. Das ging schneller, als er gedacht hatte. Sie würde ihn nach diesem Gespräch sicher nie wieder belästigen. Plötzlich fing sie an, in ihrer Handtasche zu kramen. Sie wollte doch nicht hier und jetzt ein Zauberduell mit ihm beginnen, nur über ein paar unhöflich gesagte Worte. Seine Muskeln spannten sich an, bereit, in Sekundenschnelle seinen Zauberstab zu ziehen, wenn sie ihn angriff. Schokofrosch? Draco starrte auf das Etwas, das sie aus ihrer Handtasche fabriziert hatte. Was? Entgegnete er, vollkommen aus der Bahn geworfen. Kein Zauberstab? War alles, was das braune Ding in ihrer Hand dazu meinte. Willst du einen Schokofrosch? Fragte sie erneut und hielt ihn die kleine, verzauberte Nascherei direkt vor die Nase. Was? Kam erneut, verdattert über seine Lippen. Er verstand nicht, wieso sie ihm plötzlich einen Schokofrosch anbot. Ich dachte, Süßigkeiten helfen immer dabei, neue Freundschaften zu knüpfen. Meinte sie schlicht. Der Schokofrosch blähte wie zur Bekräftigung ihrer Worte die Backen auf und stieß ein lautes Quack aus. Was? Er starrte die beiden schokoladenbraunigen Augen an, die sich direkt vor den Seinen befanden. Langsam schob er ihre Hände mit seiner freien Hand beiseite. Ist das dein Ernst? Wenn du keinen Schokofrosch magst, habe ich hier noch, ähm... Sie nahm eine Hand von dem Frosch und begann mit der anderen in ihrer Handtasche zu wühlen. Das kleine Tier nutzte die Gelegenheit, sich zu befreien, und sprang direkt in Dracos Gesicht. Ah! Immer noch mit einer Hand, das Glas mit Whisky haltend, versuchte er nach dem Tierchen zu greifen, während es über seine Nase auf seinen Kopf kletterte. Ups! Astoria griff schnell auf Dracos Kopf, verpasst aber den Frosch, der schon weitersprang, auf den Tisch hinter ihm. Von der anderen Seite des Raums konnte Draco leises Lachen hören. Offensichtlich blieb ihre Szene nicht unbemerkt. Er sah Astoria an, die an ihm vorbeigeeilt war, und nun versuchte, den Schokofrosch auf den Tisch zu fangen. Schließlich schaffte sie es, ihn wieder mit beiden Händen festzuhalten. Der Anblick brachte auch ihn zum Schmunzeln. Sie war hübsch, nicht außergewöhnlich schön, wie es seine Mutter Narcissa war, aber doch ganz nett anzusehen. Stopp! Er durfte so nicht denken. Er machte sich nur wieder etwas vor. Sein Blick glitt hinab zu dem Whiskyglas, das immer noch in seiner Hand ruhte. Niemand hier wollte freiwillig mit ihm zu tun haben. Er war der Einzige ihrer Generation, der noch das dunkle Mal eintätowiert bekommen hatte. Jeder von ihnen konnte die Verbindung zu den Todessern abstreiten, außer ihm. Warum sollte sich jemand mit ihm abgeben? Jeder, der auch nur etwas zu lange mit ihm redete, gefährdete seinen Ruf. Irgendwann wird er alt, einsam und verbittert sterben. Vielleicht sollte er sich um eine Leerstelle in Hogwarts bemühen. Wie wäre es mit Zaubertränke? Hm. Oder noch besser, Verteidigung gegen die dunklen Künste? Ein angemessener Kurs, wenn er bedachte, wer diese Stelle zu forschen alles beworben hatte. »Freundschaft?« Er betrachtete die Flüssigkeit, die bald sein Verstand sanft umnebeln würde. »Mit mir?« Er musste schwer schlucken. »Weißt du nicht, wer ich bin? Weißt du nicht, dass ich der letzte gebranntmarkte Todesser bin? Weißt du nicht, meine Rolle bei Voldemort zurückkehr?« Er wollte weitermachen, hielt dann aber inne. Sie sah gänzlich unbeeindruckt aus, mit den Schokofrosch in ihren Händen. »Das ist es also,« ging sie ihn an, kaum dass er geendet hatte. »Das ist also der Grund, warum Queenie und die anderen behaupten, du wärst ein grießgrimmiger Einzelgänger.« Theatralisch hob sie die Hände an ihre Stirn. Zugegeben, es hätte weniger amüsant ausgesehen, hätte sie nicht immer noch den Schokofrosch in ihren Händen gehalten. »Oh, mein armes Leben. Ich war so böse und jetzt möchte keiner mehr etwas mit mir zu tun haben. Einsam, einsam, bis in alle Zeit. Ich bin ja so bemitleidenswert.« Schnell führte Draco das Whiskyglas an seinen Mund, damit sie nicht bemerkte, wie amüsant er ihre kleine Vorstellung fand. Sie sah ihn etwas böse an, doch Draco glaubte, einen leichten, schelmischen Glanz in ihren Augen dabei zu entdecken. Er musste sich anstrengen, seine gewohnte, arrogante, abweisende Maske aufzusetzen, als er das Glas nach einem winzigen Schluck wieder von seinen Lippen nahm. »Du glaubst, der Auserwählte des dunklen Lords zu sein ist schlimm? Du glaubst, der Vielversprechendste aus dem Haus Slytherin zu sein wäre ein Drama? Soll ich dir einmal erklären, was wirklich schlimm ist?« Draco musste die Lippen zusammenpressen, um nicht über ihren Anblick zu grinsen. Jetzt würde die tragische Geschichte ihres Lebens beginnen. Sie würde sich über abgebrochene Fingernägel oder Ähnliches beschweren. Schnell führte er das Glas wieder an seinen Mund. »Zehn Jahre habe ich alle Regeln befolgt, die mir auferlegt wurden. Zehn Jahre habe ich versucht, mein Bestes zu geben. Zehn Jahre habe ich dem Familiennamen Greengrass alle Ehre gemacht. Einer der 28 reinblütigsten Zauberfamilien. Und dann...« Draco vertrete die Augen und genoss den Geschmack des Whiskys auf seiner Zunge, während sie fortfuhr. »Puff, hellpuff!« Draco prustete unvermittelt. Astoria kreischte auf und sprang in Deckung vor dem Whisky-Regen, der dabei war, sich über ihre Kleidung zu ergießen. Draco dagegen lachte so schallend, dass er sie nicht einmal mehr sehen konnte. Als er sich etwas beruhigt hatte, sah er sie kurz an. Ein schwarzes Kleid, wie es die reinblütigen Hexen bevorzugen, und ein gelb-goldener Überwurf? Erneut stieg ein Kichern in seiner Kehle auf. Sein Blick fiel auf ihre Hände, in denen immer noch der Schokofrosch gefangen saß. Er musste erneut lachen. Eine Puffelpuff? Wie hatte er das übersehen können? Tränen stiegen ihnen die Augen vor Lachen. »Was tut mir?« Er versuchte, einen erneuten Lachanfall hinunterzuschlucken, was ihm nur teilweise und mit Mühe gelang. »Es tut mir leid,« brachte er schließlich hervor. Astoria blickte ihn ernst an, dann zuckte sie mit den Schultern. »Es ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert.« Das Lächeln in ihrem Gesicht wirkte etwas traurig. »Weißt du, der Hood meinte zu mir, dass Slytherin eine logische Wahl für meine Familie wäre. Aber nicht für mich. Er dachte, ich würde unter den Druck dort zusammenbrechen. Für Ravenclaw hielt er mich zu ungeschickt, und für Gryffindor war meine Familie zu verpönt. Also schickte er mich nach Puffelpuff. Dracos Mundwinkel zuckten immer noch. Der sprechende Hut hatte richtig entschieden. Astoria war eine Puffelpuff. Durch und durch. Das war auch der Grund, warum er sich nicht an ihren Namen hatte erinnern können. Sie war nie in seinem Haus gewesen. Sie sah sich um. Viele von der anderen Seite des Saals starrten sie unverhohlen an. Ein leises Stöhnen kam über ihre Lippen. »Zu Hause werde ich mir aber wieder eine Standpauke anhören müssen. Ungebührliches Verhalten und so. Du weißt schon.« meinte der Frosch, wie in Zustimmung. Draco zuckte mit den Schultern. Inzwischen hatte er sein Glas abgestellt und eine Serviette geangelt, mit der er sein Gesicht wieder in Ordnung brachte. Das Grinsen konnte er allerdings nicht daraus wegwischen. Ein Blick auf ihr Kleid verrät ihm, dass er zumindest keinen so großen Schaden angerichtet hatte. »Weißt du, ich habe dich schon ein paar Mal beobachtet.« Gestand sie ihm. »Dich meiden die anderen, weil du immer mürrisch bist. Aus keinem anderen Grund.« Ihre Augen glitten zu Boden, während sie unbewusst den Kopf des Schokofroschs streichelte, da er diese Aufmerksamkeit sichtlich genoss. »Bei mir ist es etwas anderes. Wer will schon eine Unterhaltung mit einer lächerlichen kleinen Paffelpaff führen?« Dann grinste sie ihn spitzbübisch an. »Hm, wobei du gerade nicht so grießgrimmig und humorlos bist, wie sie behaupten.« Sie zwinkerte ihn zu. Er sah kurz auf den Rest der Versammlung, die sie immer noch anstarrten. Nur die wenigsten bemühten sich überhaupt so zu tun, als würden sie die Zähne nicht aus der Ferne beobachten. Der Todesser und das Paffelpaff-Mädchen, der Klatsch von morgen. Aber sie hatte allen bewiesen, dass auch er lachen konnte. Das musste er ihr zugestehen. »Wenn ich ein Stück von deinem Schokofrosch esse, macht uns das dann zu Freunden?« fragte er. Sie legte den Kopf schief und dachte kurz nach. »Ich denke schon, Malfoy.« War ihr Ergebnis. Eine typische Paffelpaff-Antwort von Draco. »Für dich bin ich Draco, nicht Malfoy.« korrigierte er sie. Für diese kleine Korrektur schenkte sie ihm ein Lächeln. Sie wollte ihm den Frosch geben, doch Draco schüttelte den Kopf und legte seine Hände um die Ihren. »Das ist peinlich,« flüsterte Astoria ihm zu. Aber er grinste nur, als er ihre Hand näher zu sich zog. »Grupp«, protestierte der Frosch, als er auf Dracos Mund zu manövriert wurde. Sogar, dass sie vor lauter Scham die Augen schloss, fand Draco auf gewisse Weise erheiternd. Und es kam ihnen mehr als nur gelegen. Ganz plötzlich ließ er ab von den Vorhaben, den Frosch zu essen, zog Astoria stattdessen mit einem Ruck an sich und presste seine Lippen auf die Ihren. Er sah noch, wie sie die Augen aufriss, aber sie wehrte sich nicht gegen seinen Kuss, indem er versank. Mit einem leisen »Grupp« befreite der Frosch sich aus ihren Händen, sprang auf seine Schulter und flüchtete anschließend über das Buffet. Sie starrte ihn an, immer noch sprachlos. »Wenn ein Schokofrosch uns zu Freunden macht, hm, zu was macht uns dann ein Kuss?« fragte Draco spitzbübisch. Sie antwortete nicht, sondern starrte ihn immer noch fassungslos an. Draco grinste nur frech zurück. »Wir sehen uns auf der nächsten Party.« raunte er ihr zu, hob zum Abschied seine Hand und ließ sie stehen. Kaum hatte er den Saal verlassen, musste er leise anfangen zu lachen. Sie hatte ein Lachen zurück in sein Leben gebracht, und er, er würde sie nicht mehr loslassen. Sie war seine kleine Paffelpaff. Seine Besitzansprüche an ihr hatte er den anderen mehr als deutlich gezeigt. Wenn ihr irgendein anderer zu nahe käme, würde er ihn, ohne zu zögern, zu einem Duell herausfordern. Kurz wägte Draco ab, ob er direkt nach Hause fahren sollte, oder der Form halber noch irgendwo anders hinfahren. Seine Mutter wäre alles andere als begeistert. Wenn er eine dieser Partys verfrüht verließ. Auf der anderen Seite, wenn er sich als Erster erkundigte, wann die Nächste sei, musste sie Lunte riechen, dass er doch endlich jemanden gefunden hatte. Abermals musste er lachen, bei den Gedanken, wie sie ihn ansehen würde, wenn er ihr Astoria vorstellte. Sein Leben war gerade um ein vielfaches Reizvoller für ihn geworden. Ach ja, und was den Schokofrosch betraf, wenn er nicht gefressen wurde, dann ja noch heute.